Ah, Jesus greift, Ali, haaaaaaah! So, meine Damen und Herren, es ist der 10. Dezember, heute wird nicht lang geschnackt. Hier im Dunals Adventskalender. Genau. Ihr bekommt heute einfach von uns einen Song zu hören aus der Demophase zu The Long Way Home, wo wir echt 90 Songs geschrieben haben. Hier kommt ein Song namens Run Run Run. Hat's denn noch das Album geschafft und die Demophase war, glaube ich, der Longest Way Home. 90 fucking Demos. Und geht jetzt schon los. Tschüss, hat der Trotz. Das war's. 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 Ohne Scheiß, was für ein schöner Job gehen wir da machen. Dankeschön an euch. Vielen Dank.